blick mal wenn du von deiner größe an nicht die kinder aber da war der größe alter alter was geht los? kommt bei dir alles klar ähm ich würde euch empfehlen dem fluss nicht hoch zu laufen scheiße alter hier oben sind zwei t-rex ja aber die rennen hinterher alter ich komm grad in mir herz raus leh what the fuck da oben ist so ein felsen der links vom ne rechts vom fluss ist und wollte da grade am fluss hochlangen und gucken wo das endet auf einmal gucken dann zwei köpfe raus alter und schreib mich an holy shit alter ey haben die mich schon schwanken die blöden Piller